Hier sind eure Gastgeber. Dreh das Rad, um das andere Team zu treffen, das heute Abend zu uns stößt. Auch wenn sie nur unfreiwillig in unserem Studio sind, Applaus für die Besessenen. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf Befehl des alterslosen Pferdes strömen weitere Feinde in dieses Reich. Auf Befehl des ZDF, 2020 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 Es ist wieder einmal an der Zeit, das Rad zu drehen. Sie wollen Geld und sie wollen Preise, hier kommen die Vex. Sie wollen Geld und sie wollen Geld. Sie wollen Geld und sie wollen Geld. Das Pferd möchte einen weiteren Kampf erleben. Sie wollen Geld und sie wollen Geld. 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 Sie wollen Geld und sie wollen Geld und sie wollen Geld. 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 Sie wollen Geld und sie wollen Geld und sie wollen Geld. Ich bin untrüstlich. Ich bin untrüstlich, Anwärter. 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 In der Tat. Ich pflichte dem Pferd von jenseits der Sterne bei. Danke, dass ihr heute Abend bei den Mutproben der Ewigkeit dabei wart. Gute Nacht, Xur. Gute Nacht.